Hallo, mein Name ist MAKO. Innovation trifft auf Präzision. Digitaler medizinischer Fortschritt in Heidelberg. Der MAKO Roboterarm assistiert unseren erfahrenen Chirurgen bei Hüft- und Knieprothetik. Die Arthus Heidelberg betreibt orthopädische Chirurgie seit über 20 Jahren auf internationalem Spitzenniveau. Mit dem Einsatz des MAKO Roboters in der Endoprothetik öffnen wir die Tür für die Zukunft der orthopädischen Chirurgie. Dieses roboterassistierte Verfahren für Prothesenimplantationen erhöht die Präzision der Operationen. Die Perfektion erlaubt individuelle Planung für jeden Patienten. Das Resultat? Jede Prothese hat einen optimalen Sitz. Das ist einzigartig in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Implantation einer Knie-Total-Endoprothese sollte so sorgfältig wie möglich Patienten individuell und geführt von den Bandverhältnissen am Kniegelenk durchgeführt werden. Der MAKO Roboter unterstützt mich dabei, diese Punkte in einer bisher nicht erreichbaren Präzision dreidimensional umzusetzen. Seit 2017 setze ich bereits das MAKO System ein. Mit der Erfahrung von über 500 Implantationen an Hüft- und Knieprothesen verfüge ich über einen sehr großen Erfahrungsschatz und kann feststellen, dass das System überaus präzise, effizient und vor allem auch sehr, sehr zuverlässig arbeitet. Die Patienten haben dadurch weniger Schmerzen. Ich kann die Prothesen immer optimal platzieren und die Rehabilitation ist auch deutlich verkürzt. Es gibt bisher 215 veröffentlichte und publizierte Studien mit mehr als 500.000 MAKO-Eingriffen weltweit. Mein Name ist Hartmut Runkel. Ich bewirtschafte mit meinen beiden Söhnen und meiner Frau einen Weingurten in Appenheim. Ich hatte immer mehr Beschwerden bei der Arbeit in den steilen Weinwerken, vor allem beim Abwärtsgehen. Und so besuchte ich Herrn Dr. Jung und er stellte mir Makroplastie vor. Anfang 2018 wurde ich operiert. Nach drei Monaten begann ich wieder mit den ersten Arbeiten in Weinberg. Und heute, nach drei Jahren, weiß ich echt nicht mehr, an welchem Knie ich operiert wurde. Medizin für Menschen. Persönlich und engagiert. Atos Klinik Heidelberg. Für alle, die noch viel vorhaben. Atos Klinik Heidelberg. Für alle, die noch viel vorhaben. Atos Klinik Heidelberg. for alle. Los, die jungen sind in der Schule, die noch viel vorhaben.